Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Samstag wird wärmer als der Freitag. Bei Tageshöchstwerten um die 7 Grad starten wir mit Sonne in den Tag. Gegen Mittag zieht es zu und es kann zu Niederschlägen kommen. Bei ähnlichen Temperaturwerten beginnt dann der Sonntag. Im Tagesverlauf werden die Wolken weniger und wir können auf Sonnenstrahlen hoffen. Die neue Woche startet überwiegend bewölkt mit Werten um die 7 Grad. Gelegentlich lässt sich aber auch die Sonne blicken. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Eine ähnliche Wetterlage erwartet uns auch am Dienstag. Bei Tageshöchstwerten um die 7 Grad überwiegen dann die Wolken.